Am Bass, Arnd, hi! Hi! So, was wir wissen wollten ist, was findest du an Pink Floyd so cool oder was gefällt dir an Pink Floyd? Pink Floyd, finde ich, ist eine Band, die ganz einzigartige Musik macht und ich höre Pink Floyd seit ich drei oder vier Jahre alt bin und insofern macht es mir natürlich sehr viel Spaß zu versuchen, das auch auf die Bühne zu bringen. Und warum spielst du jetzt seit neun bei One of These? Aus dem Grunde, weil Pink Floyd eine meiner absoluten Lieblingsbands ist und ich es toll finde, das mit anderen Musikern live darstellen zu können. Und dein Lieblingssong von Floyd? Viele, wechselt auch ständig, aber zurzeit würde ich sagen, Shine on the Crazy Diamond. Und dein Lieblingsalbum? Wechselt auch, aber eigentlich der Klassiker Wish You Were Here. Danke Arnd, viel Spaß bei One of These! Danke! 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 Danke!